Die Art, wie wir mit Sex umgehen, beruht auf einem Missverständnis, nämlich, dass es etwas Spektakuläres ist. Noch ein Missverständnis ist, dass Leben Form sei. Leben ist formlos und fließt durch Formen hindurch. Ob diese Form jetzt Baum oder Mensch, Schwarz oder Weiß, Mann oder Frau benannt ist, das sind Begriffe, die Formen oder Farben beschreiben, aber nicht das Leben selbst. Wir schränken Leben mit Definitionen ein. Wir leben in einem unglaublich vielfältigen Wunder. Und weil es uns Angst macht, dass wir keine Kontrolle haben, und weil wir es nicht fassen können, tun wir so, als ob wir Bescheid wissen und benennen, definieren, vergleichen und unterscheiden. Darauf basiert die Wissenschaft Wissen, damit kein Wundern mehr Platz hat. Die Illusion von Kontrolle statt ehrfürchtiges und begeistertes Staunen. Wir leiden unter dieser Definition, unter diesen Ideen, wie alles zu sein hat. Wir tun uns weh damit. Das ist es, was uns behindert und nicht die Form, in der wir stecken. Das ist es, was uns behindert und nicht die Form, in der wir stecken. Das ist es, was uns behindert und nicht die Form, in der wir stecken.